Noch eine Minute! Ja, das ist Zeit für Bayern, aber es ist noch nicht so weit. Das ist Funk-Uhr und wir haben noch 53 Sekunden. Jetzt geht's los. Wir haben hier unsere Super-Arquete. Mit 3, 2, 3, 4, 5... Ich bin echt gespannt, wie das aussieht. Ich bin echt gespannt. Ja! Das ist ja geil! Ja, bis jetzt! Ja, dann musst du mit einmachen. Das ist gut! Das ist gut! 10, 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Das ist gut! 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 Wir fahren jetzt über heute! Super-Arquete ist jetzt in die Boote gegangen! Egal! Das ist gut! Das war echt super! Richtig! Happy New Year! Die nächste! Alter, wir haben den der ersten 2, 3, 12! Ach, wie so! Das ist gut! Das ist gut! Das ist gut! Wir haben neben so lange ein paar Zimmer, oder? Eine andere Rampi! Ja! 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 Das ist halt nicht schlimm, schau zuzuducken! Ja! Das wird ganz neustisch! Ja! Das neuste Moment muss werden! 2012! Ja! 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 Ich bin Sylvester! Ich hab's! Der kommt aber drauf! Tut mich spät! Oh Trop! Einfach traumhaft hier zu wohnen! Und jetzt zünden wir diese Rakete an! Oh lecker! Probier mich so weit auf dich! Die war nicht ganz so prickelnd! So, das Schöne im Bottrop ist natürlich... Der Knall der jetzt kommt! Das natürlich auch! Und... Die Zeit 0.45 Uhr Keine Informationen verfügbar! Ich hab eine Information, nämlich die Information die gerade schon gesagt wurde Seit 45 Minuten! Oh ja! Haben wir jetzt das neue Jahr? Richtig! 2012! Letztes Jahr! Wie ist der Eindruck bisher? Schau mal! Ein bisschen... Knall? Knall! Es hat sich schon langsam ausgeknallt! Es ist langsam weniger als kurz vor 12 Uhr! Richtig! Das war jetzt erstmal auf dem Boden zum Test! Richtig! Wieder an! Und danach macht man dieses hier! Ja! Das war's! Das war's! Fast! Es ist jetzt halb fünf, glaube ich! Und es ist jetzt wirklich leise geworden! Mucksmäuschenstill! Und wir wünschen euch auf jeden Fall viel Erfolg! Das ist neues Jahr! Richtig! Und zum Abschluss haben wir uns noch was überlegt! Eine Rakete in die Weite zu schießen! Kommt da hinten gerade welche? Kommt da hinten gerade welche? Da kommen welche! Ja dann lasst es trotzdem mal! Ja! Es wird auf jeden Fall weitergehen im Jahr 2012 mit Warnung und Gas! Wir wünschen euch viel Spaß mit dem! Macht das kommt! Und...